Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2 mit der Lizzie. Hallo ihr Lieben. Hallo, ich glaube wir haben ein frohes neues Jahr heute, kann das sein? Echt? Frohes neues? Frohes neues, ich glaube schon. Hey, Feuerwerk. Ich hatte überlegt, ob ich jetzt schieße oder nicht. Okay. Eine Patronen ist schon drin, für die Zuschauer. Klingt auch irgendwie falsch. Oh, das ist ein Selbstmord-Psycho. Das sind ganz schön viele. Aui. Ach da. Ah, laufen. Wie war das noch mit dem Looten? So, noch ein paar Kistchen öffnen hier. Das ist kein Müll. Es ist keine Raumstattung. Oh ja. Ist denn hier oben irgendetwas? Bestimmt, da ist bestimmt irgendwas. Ja, Geld und Munition. Achso. Ich dachte schon, wir lieg an eine Waffen oder so. Ne, leider nicht. Kann man auch nicht hier oben nicht. Auf jeden Fall ist es egal. Was sagt er? Aber hier vielleicht? Ne, leider nicht. Ich springe hier auf den Dächern rum, aber hier ist nichts. So, wir gehen Bulli-Monks jagen. Yay. Yay. Bulli-Monks. Und wir müssen den Haufen durchsuchen. Ach. Na ja, klar, dass ich da aus Egliges komme. Haufen durchsuchen. Nehmen wir eine Wurmprobe. Ich seh doch da einen roten... Was? Was? Ach, hier sind wieder Raks. Ach so, ach Gott. Die gibt's ja auch. Slip on Crossroads. Okay. Au. Ach dann, okay. Ach, jetzt kommen hier schon Skugs. Skugs? Ach, ich fühl mich wieder zu Hause. Die habe ich lange nicht mehr gesehen. Hinter dir. Wah. Bulli-Monk-Balken. Irgendwie ist die Waffe ja dämlich, ne? Ach so, der schwebt nur in der Luft. Ich dachte gerade. Mann, die Raks, die nerven aber. Oh, ein Badass. Mann, die Fuck-Raks, ey. Habe ich eigentlich schon mein Geschütz? Und ein Alphars-Rak. Alles gut hier. Es ist doch nicht wahr. Ich bin gleich tot wegen dem. Eine Munition, scheiße. Wow. Oh Mann, jetzt kommen die Raks wieder dazwischen. Was war da? Puh. Ah, was? Hier sind wir noch. Ja, es schwebt auch noch einer rum. Und ein Kaktus ist auch noch da. Also, wo ist denn der Rakt? Aber alles, was Flora und Fauna zu bieten hat, hat er uns her, ne? So, ist er weg. Und ich brauche ne andere Waffe, die sind ja voll dämlich. Was war das? War das ne Waffe? Hab ich jetzt ne Waffe aufgenommen? Hab ich jetzt ne Waffe? Ne, 17 will ich nicht. Ach, das sind Bullimon-Haufen. Okay, verstehe. Häufchen. Päuschen? Ne, jetzt nicht. Nein, Häufchen. Ach so. Bin ich zu leise? Häufchen. Was? Päuschen? Ja. Okay, machen wir ein Päuschen. Tschüss. Machen wir ein Päuschen. So, wir bauen einen Haufen und Bullimongs an sich. Der Bullimon an sich, ne? Der ist ja ein fiese Map. Hier war nichts. Du hast wenig Leben. Alles leer? Ja, ich weiß. Ich habe aber wohl doch nichts zum Heilen. Das nützt mir doch nichts. Du hast nichts zum Heilen? Echt nicht? Nee. Warum nicht? Hast du was zum Heilen dabei? Äh. Das war doch so, dass man die Dinger bis jetzt nur kaufen konnte. Und dann sich dann heilt, wenn man eins kauft. Ach so. Stimmt. Hier können wir wieder Autos uns herholen. Brauchen wir ein Auto? Nee, ne? Schade. Zählt das auch als Bullimon-Haufen? Ach, diese Eisdinger sind... Oh, da kommen schon wieder welche. Geh weg. Geh weg. Nein, geh weg. Das ist es. Ich habe es prima, Bieste. Ich bespreche das mit meinem Verleger. Jag du in der Zwischenzeit ein paar Bieste mit Granaten hoch, ja? Weil sie mit der neuen Hörner für dich funktioniert. Erledige ein prima Bieste mit einer Granate. Das hat jetzt nicht gezählt, ich habe da eine Granate drauf geworfen. Ja, aber das, äh... Du hast es vorher getötet. Du hast alles kaputt gemacht. Ja, war klar. Natürlich. Gebt mir ruhig die Schuld. Natürlich. So, dafür haben wir aber schon... Ach, da unten sind welche. Ich werfe mal Granaten. So, jetzt habe ich eins getötet mit einer Granate. Nee, doch nicht. Nee, anscheinend nicht. Ich habe noch kein Häkchen. Jetzt aber. Mein Verleger hasst Prima, Biest. Unkultiviert. Au, was war das denn? Gehst du da weg? Von hinten. Der Fozzi-Fiecher. Verlass ich dir aus dem Westen, Fozzi? Lieber in Muppets. Fozzi-Fiecher. Ja, alles klar. Was ist das denn? Ein Badass-Schocks-Gag. Okay. Ich habe so wenig Munition. Oh, 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 oh. Siehst du da am Boden? Ja. Mir war gerade danach. Achso. Mir war zu heiß und heute nicht in Schnee gelegt. Ich komme. Und der spuckt mich auch mal an hier. So, ich gehe doch. Was? Nichts. Guck mal eben. Guck mal. Ich brauche eine andere Sache. Ich gucke mal eben. Du hast das schon wieder gelootet. Welche Farbe hatte es denn? Nur grün. Achso. Ja, das kannst du behalten. Ja, das habe ich mir gedacht. So, wir müssen jetzt, ne? Du weißt diese, was die werfen. Das müssen wir jetzt abschießen. Was die werfen? Ja, die Fozzi-Fiecher. Ja, was werfen die denn? Die werfen Steine. Die sind ein bisschen linksradikal. Dann bräuchte ich, glaube ich, eine Pistole. Ich bräuchte vor allen Dingen gerade mal sehr dringende Munition. Oder bei meiner Trefferquote bräuchte ich eine Schrotflinte. Ajo, Fozzi-Fiecher, Fotzenvie- Was? 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 So heißen die gar nicht. Wo sollten die denn sein? Sollten die noch irgendwo sein, auftauchen? Ich denke mal, ne? Lila? Ja. Ist aber nur ein Banditenskin-Anpassung. Ach so. Halt! Ich hör hier was. So, da kommt ein Fozzi-Fiecher. Mal warten, dass die mal was werfen. Das müssen wir treffen. Ja, genau. Ich sag das ja machen. Ich glaub, das machen nur die Swinger. Wie süß. Fozzi-Fiecher. Das ist ja auch niedlich. Ja, die Fotzenviecher. Ey. Schmeiß nochmal. Schmeiß nochmal. Schmeiß nochmal. Schmeiß nochmal. Schmeiß nochmal, bitte. Schmeiß doch nochmal. Nee, du sollst nicht dich schmeißen. Komm, würf was. Ah! Nicht schreien, werfen. Oh, verdammt. Der haut immer mein Dings kaputt. Mein Schild. Ah, jetzt hab ich vorbeigeschossen. Scheiße. Ich bin gleich tot. Nein. Oh, Heilung. Ausgewachsenes. Nun schmeiß doch mal, ihr blöden Viecher. Wir werfen nix. Nee, eben. So, komm. Schmeiß nochmal was. Schmeiß nochmal was. Komm. Komm. Werf, 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 werf. Komm. Fozzi, Fozzi, Fozzi. Komm, Fozzi, Fozzi, Fozzi. Wie, was soll ich denn sagen? Reagiert ja nicht. Komm schon. Ich glaube, ich gebe mir den Gnadenschuss. Schmeiß irgendwas. Ja, so werden wir niemals fertig mit der Gefäßung, wenn du die alle kurz vorher fertig machst. Ich gehe mal zu den weiteren Diamanten auf der Map. Ja. Ob es da noch weitere Fotzen gibt. Also, das ist ja ein Umgangston hier. Ja, durchgeknallt dann. Durchgeknallt. Fozzi. Au. Ah, ich bin tot. Ah, ein Badass. Schwierig. Uuuuh. Uuuuh. Uff. Ja, toll. Danke auch. Nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Ach so, du bist bei mir. Alles klar, ich dachte gerade, das wäre mein Können gewesen. Danke. Nee, sorry, das war nicht dein Können. Das war's nicht, ne. Ich bin voll. Kaktus. Mein kleiner, grüner Kaktus. Was ist das? Ein Lied. Es ist... Nein. Ein Rifle, okay. Ja, dann stirb endlich mal richtig. Wie ein Mann. Wie ein Mann. Und nicht... Ich muss mal was wegwerfen. Obwohl, so stirbt wahrscheinlich ein Mann, ne? Ja. Nein! Ich geb dir nicht meine Beute. Hast du gerade hier was hingeschmissen? Da vorne hab ich, was ich noch gemacht habe. Ich muss hier... Komm, in Fuß. In Fuß. Komm. Ah. Komm von hinten. Ah, ja. Komm von hinten. Nein. Oh, was ist das? Ich hab noch zwei Schuss. Jetzt hab ich keine Milizierung. Dafür auch noch. Oh, ich kämpfe. Hab nur noch einen Sniper. Lenk ihn ab. Ich kann ihn von hinten noch treffen. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Hilf mir. Hui. Komme. Schieß weiter. Danke, Soldat. Danke, Soldat. Äh, vielen Dank dafür. Du hast männliche Stimme. Vielen Dank dafür. Ach, gerne doch. Yeah, ich hab wieder einen neuen Schuss. Lalalala. Gib mir Munition. Bin ich denn da Lila und das aufgenutzt? Das ist gut. Irgendwas Lila und das aufgenutzt. Lila. Ich weiß nicht was. Du hast eine Herausforderung gemeistert. Klassen Mods. Klar, sehr schön. Titanen. Kann man die verkaufen? Oh Mann. Kommando. Kommando. Ganzer. Wie fies ist das denn? Nun find ich endlich mal was. Oh. Oh, ich bin traurig. Warte mal. Und traurig. Kein für mich. Was haben wir denn? Gesundheitsregeneration. 20 mal 10. Mal beides mit. Die ist ja übel. Kann ich denn jetzt schon, kann ich so ein Klassenmod schon anziehen? Weiß ich nicht. Ach da. Point Man. Aber du kannst dich ja mal ausziehen. Haha. Hätt sie ja. Aha. Okay. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, ne? Du hast mich kalt erwischt. Klar. Es hast recht. Es ist zu kalt zum Ausziehen. So. Kommen Sie mit? Ja. Ich hab noch eben Muni eingesammelt. Hier seh ich nämlich Muni mums. Autsch. So. Und B, die schmeißen jetzt nichts. Da. Fotze, wie ihr es schmeißt. Ich treff nix. Scheiße. Der wirft die ganze Zeit. Ich treff das nicht. Ja, jetzt hab ich eins getroffen. Ah. Das ist schon wieder ein blöder Stechen. Na, kackt aus. Ich brauche echt ne Schrotflinte dafür. Schmeiß was. Aua. Aua. Der wirft mich fässig. Schmeiß. Ach. Das ist auch nicht die richtige. Oh. Au. Toll. Jetzt schmeiß doch. Hör nicht auf zu schießen. Aua. Ich war... Ah. Hä? Aua. Ich hab jetzt mehrere getroffen sogar. Und jetzt, das zählt nicht. Wenn ich tot bin, oder was? Wahrscheinlich, weil du am Kämpfen bist. Aber jetzt bin ich auch gleich tot. Munition auf Null. Munition auf Null. Ey, ich hab aber unsere Ausgabe erfüllt. Sehr gut. Bin ich tot, oder bin ich gut? Drauf geschissen. Dafür bin ich gleich tot. Ah, ich lebe wieder. Oh nein. Ich nicht. Genau, wir nennen sie Stenderforz. Oh nein, das erste Mal. Mir ist es egal. So, jetzt müssen wir Stender für zu töten. Coole Animation. Ich glaube, ich muss mal eine andere Waffe nehmen. Wo bin ich? Da hab ich noch 200 Schuss für ihn. Wo bin ich denn jetzt hier? Mano. Ähm. Bin ich geimpft? Weiß ich nicht. Bist du geimpft? Hat er gesagt. Ach so. So, und wir tauschen noch mal eine Waffe aus. Das war ich wieder. So, dann haben wir ein bisschen mehr Munition. So. Kommst du? Ja, ich muss erst mal gucken, wo ich hier überhaupt bin. Wo ich hier wieder respawn bin. Ach nein. Echt? Im Ernst hier? Ich komme in deine Richtung. Wieso kann ich nicht laufen? Schiff. Oh, was du nicht sagst. Es ist mir schon klar, dass ich die Schiff drücken muss. Aber ich bin eben hängen geblieben. So, jetzt. So, wir müssen Stender für zu töten. Abgesehen davon, dass ich meine Hupen festhalten muss. Ja, die sowieso. BHs gibt es ja auf Pandora nicht. Hey, ich brauche keine, die steht mal alleine. Natürlich. So, hier waren ja eben Stender für zu, dann töten wir die doch jetzt. Wahrscheinlich tragen die ganzen Psychos hier die ganzen BHs. Deswegen gibt es auch keine mehr. So, das kann natürlich sein. Da, ist ein ausgewachsener Stender für zu. Was sind denn Stender für zu? Ja, das sind immer dieselben. Der sucht immer, der sucht ja gerade Namen für die Kinder. Ach so, er nennt die nur immer anders. Alles klar. Unsere Quest ist ja gerade einen neuen Namen für die zu finden. Ey, hört auf zu schmeißen. Die Quest haben wir nicht mehr. Boah. So, ein Stender für zu noch. Okay, da hinten kommt noch einer angelaufen. Stender für zu. Oh, der kommt nicht weiter. Der ist hängen. Oh nein. So. Mein Verleger sagt, ich kann sie nicht Stender-Furz nennen. Vielleicht war Bullimon doch nicht so schlecht. Komm wieder zurück. Okay. Sie bleiben wohl dann doch Bullimon. Hier gibt es Gesundheit. Klingt Pointman. Pointman. Ist das dein, ähm, denkst du, was du eben aufgesammelt hast? Genau. Du bist jetzt ein Pointman. Ich will auch was finden. So, warte. Was sagen denn die Quests? Ähm. Ja, dann gehen wir wieder zurück, würde ich sagen. Vier Dollar, ey. Das ist ja wohl. Ja. Dann laufen wir wieder zurück. Da komme ich doch gerade her. Ja. Nachladen. Und sonst so. Sonst so. Habt ihr Weihnachten auch gut überstanden? Und seid ihr gut reingerutscht? Schreibt es nochmal. Die Kennzahre. Reingerutscht. Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Stimmt. Stimmt. Für uns ist es noch 2016, für euch nicht mehr. Richtig. Was machst du denn so, Silvester? Gar nichts. Gar nichts. Das mache ich aber schon seit Jahren. Das ist meine Tradition. Das ist eine schöne Tradition. Wie sollte man unbedingt aufrechterhalten? Und pflegen. Genau. Und weitergeben. Komm, das kriegen wir vorbeilaufen. Komm, 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 komm. Yay. Und was machst du an Silvester? Skakaufen durch Plündern. Geil. Wahrscheinlich Fernseh gucken, Pizza essen und Sekt trinken, wenn es dann soweit ist. Ah, okay. Fällt doch schon vorher. Ist ja auch nicht viel spannender als das, was ich mache. Nö. Und dann um 12 Uhr rausgehen, den anderen beim Knallen zugucken und allen frohes neues Jahr wünschen. Alter, wo hier anderen beim Knallen zugucken? Ja. Haben wir nichts dagegen? Das ist das, worauf ich mir das ganze Jahr über frage. Es gibt da so Seiten im Internet, da kannst du das gucken. Im Ernst? Wie andere Leute knallen. Das ganze Jahr über? Ja, das ganze Jahr über. Ich wusste, ich mache was falsch. Schick mir mal die Links. Mach ich. So, Hämmerlock ist hier bei Moxies. Ich will einen goldenen Schlüssel haben. Ich will auch die Truhe aufmachen und lila Waffen kriegen. So, Hämmerlock. Guten Tag. Moxie! Oh, ich bin nächstes Lappel. Hey, Moxie, du heißes Schnettetur. Hi. So, Moment. Was habe ich denn jetzt hier für ein Schild? Kein Jahr älter, seit Borderlands 1. Das stimmt. So, Belohnung. Was will ich denn? Ich habe da, glaube ich, ein Level ab. Ja, genau. Eine Scattergun. Oh, ich nehme definitiv ein Schild. Und ich glaube, den muss ich auch mal wechseln. Ladegeschwindigkeit, Ladewärtszögerung. Fügt Nahkampfangreifern, Korrosionszweigschaden zu. Ja. So, ich nehme mal mehr Gesundheit. Wisch. So. Dann haben wir noch den Punkt. Oh, was gehe ich denn da an? Huchkritisch. Das Töten. Facelock. Oh Mann, ich gehe ja nicht so wirklich. Zerstörung. Ich glaube, ich bin eher so die Verheerung. Helios. Backstraft. Cool. Todeswolke. Das kann ich auch. Ich nehme mal erstmal das. Okay. Gut. Ich aktiviere mal die Story-Mission. Ja. Der stöhnt hier. Gibt es hier ein Hinterzimmer? Ich spiele mal eben hier Glücksspiel ein bisschen. Ja. Ist das eine Quest oder einfach nur so? Nö, einfach nur so. Nichts gewonnen. Nochmal. Wie viel habe ich denn? Ach komm, einmal kann ich auch. Glücksspiel. Erst ab 18. So, ich würde sagen, wir werden die Folge. Was? Ja, jetzt beim nächsten Mal. Pass auf. Jetzt. Okay, gewinnerst du ja was? Ja. Heavy Repeater, okay. Ja, sehr gut. Hä, ich habe ja gerade was weggeworden. Moment, du bist hier irgendwo. Du bist... Genau. So, dann beenden wir die Folge an dieser Stelle, würde ich sagen. Da bist du. Ja. In der Zimmer warst du. Nicht, war draußen. War draußen, da so. So, komm, wir setzen uns hier hin und trinken Kaffee. Ja, unbedingt, warte. So. Auf die Gartenauflagen. Genau. So, dann danken wir euch fürs Zusehen und sagen, bis zum nächsten Mal bei Borderlands 2. Macht's gut. Tschüsschen. Alles Liebe, tschüss. Alles Liebe, doin'濕.